das ist echt leise gerade bei mir ich war heute bei deadmaus mal auf dem kanal oder das ist so geil ohne scheiß das ist so geil ich hab das mir heute zehnmal hintereinander angehört zehnmal warte ich guck mal ganz schön auf handy richtig geil also mir gefällt es richtig ja gut jetzt muss halt über kopf über pc laufen lassen weil ich weiß nicht wegen gamer und so weiter ja wegen gamer auf youtube das ist das lied drama free feed light offiziell video mit 700.000 klicks ja schloss sind wir gleich schon das wäre jetzt gerade drüber ich gehe sturzflug nach unten ich glaube nicht dass wir lange überleben aber hey da wollte ich auch hin sein dann da geht schon einer hin also ich bin gleich und ich bin gleich und warte aber da war da war da war da deckung deckung ich werde schon beschossen ich häng ich häng fest wie du hängst ich häng fest warte ich komm mal nach oben hä wo bist du denn langgegangen ich häng fest 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 ich bin einfach nur in diesem ding drin ich bin einfach nur in diesem ding drin ich bin einfach so gut ich komm nach oben ich komm nach oben bist du da überhaupt hoch gekommen nein, nein, nein ist ja cool ja dann musst du wohl auf die zone warten einen wirklich sehnen die dich nicht Hä, die sehen dich nicht? Hä? Sehen die dich denn nicht? Glaub nicht. Lol. Die sehen mich nicht. Lol. Der heizt sich. Knall ihn ab. Ich komm nicht hin zu sehen. Holy shit. Ist ja mal cool. Und die müssen da hingehen. Ich hab nur 12 Schuss. Ich seh es grad. Toller Bug. Ja, der hat sich grad nicht von mir geladen. Und dann hab ich... Lol, er ist genockt. Komm, geh mal ein, oder sei zu dem Bissler. Oh. Lol. Draußen komm. Ich hab's noch grad im Steam gesehen. Also viel, viel live hatte der nicht mehr. Also ich bin mal... Was ist denn der Schritt? Lol, guck mal. Wo bin ich denn jetzt? No. Was zum Fick? Ist da ne Sniper draußen? Ne, ne Shotgun. Ich hab's noch mal ein Schiff von. Äh, weiß ich nicht. Oh. 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 Auf dem Bodenlichter. Wo ist er ne Waffe abgeschmissen? Oh. Auf dem Bodenlichter. Wo ist er ne Waffe abgeschmissen? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen. Das heißt, den Scheffern an den Rahm respekt aus dem bateren braufen.